So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Selma and the Wisp. Ich bin der Zobarock und wir sind hier in Kapitel 10 angekommen und natürlich gleich gestorben. Das passt ja natürlich super. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Was müssen wir machen? Achso, wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Damit wir auch, ja, dahin kommen, wo wir denn hin sollen. Wir müssen dadurch in dieser Höhe bleiben, wo uns so diese, wo uns so ein bisschen so die, ja, wir brauchen mehr, mehr Schub, wir brauchen mehr Schub, mehr Schub. Ach, nein. Nochmal. Also wir müssen sehen, dass der Apparat nach oben kommt. So. Ich möchte aber gerne die Dinger mithaben. So. Ne, wir sind zu hoch. Wir sind zu hoch. Wir müssen weiter runter. Nein! Warum? Das ist doch jetzt ein bisschen... So. Achso, wir müssen nach unten. Aber wir müssen sehen, dass wir vielleicht nicht ganz so schnell sinken. So, da müssen wir runter. Da ist die Spitze da oben. So, das klappt ganz gut. So, ich muss noch höher. Ist das gerade so gepasst? Ja, nun komm hoch. Das schaffen wir nicht. Waren wir schon so weit? Guck, da ist nicht zu fassen. Das ist wirklich nicht einfach, Freund. Das will ich mal sagen. So. Nochmal das Spiel. So, wir müssen hier ein bisschen abdrücken, damit wir an Höhe gewinnen. Und wir müssen jetzt runter gleich. Das müssen wir ein bisschen dezent machen. So, jetzt müssen wir nach oben. So. Ich glaube, wir müssen gar nicht ganz nach oben. Nein, wir müssen nicht nach oben. Wir müssen nach unten. Schauen wir mal, ob wir nach unten kommen. Vielleicht können wir hier durch. Wir müssten, glaube ich, hier durch. Weil da sind unsere Lämpchen. So, versuchen wir jetzt nochmal. Wir sind ja... Wir sind ja hart im Leben. Wir versuchen es ja. So. Wir müssen ja also ein bisschen den Lichtern folgen. Da müssen wir jetzt nicht nach unten. Das machen wir ein bisschen dezent. Ein bisschen vorsichtig. So, jetzt müssen wir nach oben. Geht jetzt wieder runter. Kriegen wir das hin? Aha. Das ist doch gar nicht mal so ganz schlecht. So. Jetzt müssen wir wieder nach unten. Ich hoffe, dass wir hier gleich mal irgendwo anlegen können. Ich hoffe, wir sind gleich irgendwann mal durch. So. Fly. Ja, das machen wir ja. Wir sind ganz fleißig dabei zu fliegen. Wir hoffen, dass wir hier irgendwann mal das schaffen, mit der festen Bohnen oder die für sie zu bringen. Jetzt müssen wir bestimmt ein bisschen nach oben. Bitte nach oben. Nach oben. Bitte. So. Und jetzt wieder runter. Es ist aber echt nicht einfach. Noch weiter. Jetzt da ist Schluss. Da ist Ende. Da ist Ende. Oder nicht? So. Jetzt ist die kaputt. Und wir sind... Das finale Kapitel. Oh. Das finale Kapitel. Auf geht's, Freunde. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Es ist vorhin. Und you are alone. Besser von mir. Oder. Und überliebe. Ja, und oder überliebe. Okay. Was? Jump. Press action. Left to jump. Miss out and miss me. Hm. Okay. 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 Achso. Das ist gut. Das sind wir verdingenst. Aber ich meine, das ist ja immer so. Der Anfang ist ja noch ziemlich schwierig. Aber jetzt haben wir kein Licht. Achso. Nein. Nein. Warum bleibst du? Spring doch. Ja, das war dieses Ding da in der Mitte. Wir müssen mal vielleicht ein bisschen... Ein bisschen ruhiger machen. So. Ja. Close. So. Nein, das war zu kurz. Okay. Wir versuchen es nochmal. So. Komm an. Meine. So. Jetzt sehen wir es nochmal. So. Halt. Stopp. Da ist was. Können wir das mit? Oh, wir haben es mitgenommen. Und jetzt müssen wir... Darüber. Nein. Können wir da... Können wir da drüber? Bitte, bitte. Lass uns da rum. So. Wir müssen die Bomben aus einsammeln. Höchstwahrscheinlich müssen wir die einsammeln. Ich kann jetzt nichts sehen. Ich glaube, da sollten wir nicht zu dicht ran. So. Die haben wir auch im Sack. Da ist noch eine. Und was haben wir jetzt? Das müssen wir da hoch. Da ist noch ein... Was jetzt? Jetzt müssen wir hoch zum Leuchtturm, wie das aussieht. Okay. Okay. Jus. Pass holt weiter. To. Die können... Achso. Hm. Wir können uns irgendwas festhalten. Achso. Jetzt kommen wir da rein. Nein. Was ist passiert? Hallo. Hallo. Da ist sie. Achso. Ich kann nicht ziehen. Könnt ihr was sehen? Achso. Jetzt sind wir irgendwo... Da ist noch ein Bombo. Halt. So. Ich bin da hoch. Da können wir so hochlaufen. Oh. Nein. Was ist denn mit den... Glühbirnen, mit den Lämpchen da? So. Da ist aber hoch. Hallo. Das ist jetzt ein bisschen kurios. So. Einfach mal zurück. Da sind auf jeden Fall Steckdosen. Müsste ich vielleicht eventuell... Halt. Pass mal auf. Müsste ich eventuell da ran springen? Nee. Kann ich... Kann ich nicht. Nein. Kann ich nicht. Hm. Kann ich jetzt da hoch? Nein. Wie komme ich denn weiter? Hier. Warte mal. Bis zum Seil. Ah. So geht der Hase. Was ist denn? Zack. Jetzt. Jetzt machen wir da hoch. Ich sehe fast gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber ich sehe irgendwie verflugt wenig. Hm. Ich müsste die vielleicht... Was? Aha. Es gab einen kleinen Trick. Was wir hätten... Was wir gemacht haben. Oh. Da oben brennt das. Das ist schlecht. Echt. Wir brennen. Ich würde sagen, wir brennen. Oh. Sollen wir mal hoch da? Wir müssen uns beeilen vielleicht. So. Die haben wir mitgenommen. Nein. Es ist sehr warm. Es ist furchtbar warm. Nein. Aua. Noch mal wieder hoch. Ähm. Unsere Lebensgeschichte geht nach unten. Taucht ja wieder auf? Geht das wieder besser? Geht das wieder besser? Nein. Es wird nicht besser. So. So. Komm her. Nein. Sie ist tot. Hm. Nicht das Ganze nochmal. Mal. Okay. So. Jetzt müssen wir irgendwie sehen, dass wir da raufkommen. Okay. Wir müssen sehen, dass wir zu dieser Kette kommen. So. Erstmal rauf da. So. Da rüber. Aua. Das tat jetzt weh. Nein. Wir sterben hier mehr, als dass wir hier leben. So. Jetzt müssen wir hier hoch. Ähm. Nee. Können wir da nicht rauf? Mal öffnen. Ich muss jetzt hier. Autsch. So. Spring hier rüber. Das ist mein Angst. Spring. Spring. Ja. Ja. Da musst du hoch. So. Nein. Halt. Stopp. Warte. 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 Da warten wir doch mal kurz. Was müssen wir denn da machen? Das war doof. Noch ein bisschen reingesprungen. Das ist doch typisch. Frauen. Die machen immer alles anders. So. Komm her. So. Hopp. So. Hopp. Nein. Du musst da hoch. Du musst da hoch. Ah. So. Jetzt da rüber. Zack. Hast du das Problem gewesen? Ich darf es vielleicht gar nicht berühren. Jetzt habe ich nur darauf geachtet, dass ich nicht das Feuer berühre. So. Du musst weiterlaufen. Komm weiter. Lady. Weiter. Komm her. So. Hopp. Das Level der tausend Tode. Das Level der tausend Tode. Hm. Hopp. So. Hopp. Nach oben. Ich kann hier auch irgendwie nichts sehen. Ich kann auch irgendwie nichts machen. Nein. Ich darf das nicht berühren. Aber ich muss da bei den Flammen durch. Anders komme ich ja nicht da durch. Ich werde hier noch wahnsinnig. Ich werde hier noch wahnsinnig. So. Es brennt auf jeden Fall. Hopp. Und rauf da. Rauf, rauf, rauf. Das Finale. Nein. Nein, nein. Du sollst nach oben. Hallo. Nach oben. Nach oben. Alter, bist du cool. Komm nach oben. Sag mal. Da hat man nur zwei Knöppel, weißt du. Und reicht trotzdem nicht. Wie komme ich denn jetzt da durch? Wie komme ich da durch? Wie komme ich? Ich muss da durch. Ich muss da so durchlaufen. Nein. Geht nicht. Ich komme da nicht durch. Ich werde, ich kriege ja noch blaue Haare. Ich kriege hier echt noch blaue Haare, Freunde. So. Hopp. Das, also das kann auch nicht. So. Hopp. Immer mal rauf da. Und da rauf. So. Darauf. Nein. Sag mal. Ruf da. So. Und hops. Da rüber. So. Und wie komme ich jetzt weiter? Warte mal. Ach ne. Die kann gar nicht stehen bleiben. Gib mir doch einen Tipp. Ich kann da so nicht durchlaufen. So. Nach gefühlten 5000 Versuchen habe ich es endlich geschafft. Bin an diesem Windrad vorbeigekommen, dass da so furchtbar brennt. Man muss genau zwischen den beiden Flammen da. Ich mach wieder start. Ich starte das mal wieder hier. Zwischen den beiden Flammen muss man da hin und her. Also da muss man genau dazwischen durchlaufen. Das ist echt nicht einfach. Nur hier hochkrabbeln. Furchtbar. Und jetzt werden wir fotografiert. Wie sieht es aus? Was sollen wir denn jetzt machen? Wie kommen wir jetzt? Können wir hier weitergehen? Pippa. Was ist hier doch irgendwas? Hier ist doch Strom. Natürlich ist hier Strom. Na logisch. Das war sowas von klar. War sowas von klar. So. So. Ich muss mal aufpassen. Die beiden. Können wir da? Können wir da hin und weiter? Wir können da raufspringen. Nein. Wir können hier nicht. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen auf die Kameras kommen oder was? Aua. Da sind wir tot? Ach nein. Wie sind wir denn? Ach. Das gibt es ja gar nicht. Achso. Das haben wir jetzt mal abgekürzt. Aha. Ja. Jetzt müssen wir da mal. Warte mal. Kommen wir hier rauf? Ja. Das ist ja sehr kurios, das Ganze hier. Wir müssen jetzt die Bonbon da noch mit. Wir müssen bestimmt ganz nach oben. Jetzt gehen wir noch mit. Ach du Grüne. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Da können wir noch hin. Die Frage ist, was müssen wir jetzt? Wieso? Was müssen wir da oben machen? Wir müssen jetzt mal aufpassen, da kriege ich mal irgendwas raus. Sollen wir uns glaube ich nicht an den Kopf schmeißen? Mal sehen. Warten wir jetzt mal kurz ab. Kommt da noch was? Da jetzt nicht mehr. Da rauf. Da rauf. Da rauf. Kommen wir da weiter? Ach, wir können da hochkrabbeln. Na cool. So. Oh, das war aber Zufall jetzt. Das war Zufall. Das muss ich mal sagen. Und jetzt? Jetzt geht's hier weiter. Weiter nach oben. So, hier geht's weiter. Ach, müssen wir die... Müssen wir eventuell die... Guck mal auf. Wenn ich da springe und... Nee, wird nichts. Aha. Ich muss mal versuchen. Vielleicht... Vielleicht müsste ich... Die alle befreien? Oh. Warte. Wir müssen da... Wir müssen da irgendwie hoch. Nein. So war das ja nicht geplant. So, nochmal. Jetzt aber hopp. Wir müssen da höchstwahrscheinlich... Nein. Du bist doch eine Nudel, sag mal. So, nochmal zurück. Man sieht auch schlecht, wo man hier laufen soll. Sag mal, was bist du denn so hektisch hier? Ganz ruhig. So, da rüber. So, nochmal. Kannst du da raufkommen? Oh, oh, oh. Nein. Das war auch der verkehrte. Okay. Na gut, das wird aber immer weniger. So langsam haben wir den Dreh raus, wo wir rauf müssen. So. Nein. Ganz ruhig bleiben. Ganz cool. Ganz cool. Nochmal. Nochmal. Sag mal, das ist doch nicht so schwierig. Dann geht's da auf. Fräulein, die macht mir hier das Leben schwer. So. Und ich spiel das jetzt nur mit der Maus. Es ist auch schon nicht so einfach. Jetzt müssen wir hier hoch. Und... Ja, wir waren schon fast oben. So, jetzt da rauf. Und da rauf. Warte, warte, warte. Und da rauf. Wir haben es geschafft. Wir sind ganz oben. Wir sind ganz oben. Es ist ein Traum. Oder ist er es? Selma Intervist. Wir haben es geschafft. Meine Güte. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben das Spiel durchgespielt. Meine Güte. Es war an manchen Stellen ein bisschen sehr knifflig. Aber es ist eigentlich zu meistern. Es ist nicht das größte Riesenmörderproblem. Ist es nicht. Man muss nur erst mal ein bisschen wissen, wie das vonstatten geht alles. Was soll ich dazu sagen? Ein sehr schönes, kleines Zwischendurchspielchen, was man sich mal so antun kann. Es sind immer noch so ein paar kleine Bugs. Ihr habt es gesehen dazwischen, wo man das Bild friert auf einmal. Einen, du kannst ihn nicht bewegen und diese Geschichte ein bisschen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber andersrum ist es sonst ein sehr interessantes Spiel geworden. Muss ich sagen. Also ich denke mal, das war gar nicht mal so ganz doof. Schreibt mir doch einen Kommentar in die Kommentare. Das würde mich mal extrem interessieren. Was haltet ihr von dem Spiel? Wie findet ihr das? Und ja, ich sage dir mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen dicken Daumen da. Und nicht vergessen, drückt den Abo-Button. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr immer, was auf meinem Kanal los ist. Ich sage vielen Dank. Euer Tovarock. Bis dahin. Ciao, ciao.